Wenn Sie an Industrial Security denken, stellen Sie sich vielleicht folgende Fragen. Bin ich ein interessantes Angriffsziel? Warum will ein Angreifer mein Unternehmen hacken? Welche Schwachstellen hat mein Unternehmen? Industrial Security betrifft jedes Unternehmen, das über spezifisches Know-how oder sensible Produktionsprozesse verfügt. Dieses wesentliche Kapital Ihres Unternehmens kann durch Diebstahl von Informationen oder Manipulation von Systemen gefährdet sein. Immerhin, schon alleine ein USB-Port kann reichen, um Schadsoftware in Ihr Unternehmen einzuschleusen. Das Internet der Dinge, zunehmende Vernetzung mit Kunden und Lieferanten, Cloud Computing sowie die Verwendung von mobilen Devices in der Produktion sind wesentliche Elemente von Industrie 4.0. Je smarter Ihre Fabrik wird, desto wichtiger wird auch das Thema Security. Die smarte Fabrik ist eine Chance für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Nutzen Sie diese Chance, aber schützen Sie dabei Ihr Know-how und Ihre Produktionsprozesse bestmöglich. Keine Smart Factory ohne Security. Starten Sie jetzt!